Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch in dem super tollen Kampf gegen die ganzen Konstrukte hier. Im nächsten Versuch, meine ich. Und die Dinger werden wach. Die erste Welle ist ja nicht so schlimm. Äh, fehlt hier nicht was? Ach so, jetzt sieht's besser aus. Okay. Äh, ne, ne, der ist schon fast tot, also schlagt jeder zum Brei. So, erste Welle ist erledigt. Fast erledigt. Das heißt, wir benutzen jetzt mal Zauber. Und so hübsches Zeug. Keine Nutzung mehr übrig. Ernsthaft hatte das Ding nur... Oder ich hab vergessen... Hab ich nicht gerastet nach dem letzten... Ja, ich hab nicht gerastet nach dem letzten Kampf. Hä? Du machst bereits dein Buch. Ja. Das heißt, Soti macht das. So, und beschwört auch gleich noch einen Helfer. So, das sind Eisenkonstrukte, die wir betreiben sollten. Sagt bloß, wir haben jetzt aus Versehen die Maschine kaputt gemacht. Das wäre nicht so gut. Du, wird es schon mal deine Heilung? Ja, wir haben die Maschine kaputt gemacht. Das ist nicht gut. Das heißt, wir können eigentlich gleich laden. Aber ohne die Maschine brauchen wir es nicht weiter versuchen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Okay. Okay. Und eigentlich hätte ich bei der Welle auch nichts gebraucht. Weil das sind rostige Konstrukte, die können nichts. Ich sollte da keine Munition, also keinen Treibstoff verschwinden. Nur dann, wenn rein eiserne Konstrukte kommen, dann muss ich richtig draufhauen. Das erklärt auch wahrscheinlich, warum Konstantin die so schnell umprügeln konnte. Nicht nur, dass sie nämlich tierisch langsam sind. Das war nicht so wichtig wie ein Bump on a Pickle. Okay. 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 Stell dich mal tot. So. Ab dieser Stelle sollten wir mit etwas mehr schaffen. So, sie sind betäubt. So, sie sind betäubt. So, sie sind betäubt. So, sie sind betäubt. Mh, Konstantin. Heilung. Exotidiat von Heilung. Konstantin. Konstantin zum Brei schlagen. Euer Aluf, ähm, Bogen. Oh Gott, wir sollten definitiv von der Störspirale weg. Das ist fast. Konstantin ist bei niedriger Gesundheit. Das ist auch nicht so gut. Okay, Exotie. Obwohl bei all so einen Konstrukten dürfte das nicht viel bringen. Heilgebiet. So, Tierheilung. Konstantin weiter zu Breis schlagen. Ich habe keine Hilfe hier. Oh. Fenrir wieder will eben. Oh, Konstantin, das wird übel ausgehen. Oh. Ah. Oh. Stand together. Never. Didn't work. Me and you. All right. Man. And turn-flick. Wickers. Ich glaube, für die Welle sollte ich wirklich zwei Krüge opfern. Für die erste Welle brauche ich es nicht. Für die zweite Welle, wo drei kommen, reicht einer, aber für die, wo vier kommen, sollte ich zwei Krüge opfern. Einfach, weil zu viel Schaden sonst von den Konstrukten rumkommt. Die nächste Welle dann sind, soweit ich weiß, nur Rostkonstrukte und dann kommen noch mal Eisenkonstrukte. Ne, halt, da kommt eine Mischung aus Eisen und Rostkonstrukten. Ne, halt, nach. Ja. Ja. So, kompensieren wir gleich schon mal mit einem Heilgebiet. So, du kannst gerade nicht mal den Schädel benutzen, das ist doof. Arnoff, hol den Bogen raus. So, schön immer auf allen konzentrieren. Naja, Xoti, mach doch schon mal deinen niederen Avatar an. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Okay, gleich noch eine, zerdeppern. So, dann mal die Heilung. So, da sollen schön alle um Xoti rumstehen. Ich finde es schade, dass die Brandsäule eigentlich nicht genug Schaden macht. Du holst gleich mal einen neuen Bogen. Du belebst Fenrir wieder. Aber Konstantin, aber Konstantin hat keine Heilung mehr. Das heißt, so heißt Konstantin auf die Art und Weise. Konstantin prügelt weiter auf sie ein. Habe ich Konstantin Heiltränke gegeben? Nein, natürlich nicht. So, Xoti Heilfläche. Ja. 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 Ja.